Willkommen in diesem schicken Ford Grand C-Max. Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autos Bissmann. Der Motor dieses Grand C-Max ist schadstoffarm Euro 5, somit bekommt er die grüne Plakette. Der CO-Ausstoß ist extrem niedrig, daher eine geringe Steuer. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar und anklappbar. Mittels Parkpilot vorn und hinten und Einparkassistent parken sie spielend ein. Die praktischen Schiebetüren gewähren einen wunderbaren Zugang zum Fahrzeug. Zu den schicken 16 Zoll Alufelgen gibt es noch ein Reserverad Notrad. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die bequemen grauen Polster sind vorne beidseitig beheizt. Dazu gibt es die große Mittelkonsole Premium. Und Fußmatten gehören dann dazu. Zur Sicherheit bietet dieser Wagen 6 Airbag, ABS und ESP. Ebenso den Parkpilot vorn und hinten, den Einparkassistenten und die heizbare Frontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört aber eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autofilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem wunderbaren Grand CMAX Champion werden Sie viel Spaß haben. Der neue EcoBoost Motor ist erste Sahne. Und so sparsam. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen 2 Jahre Garantie. Europaweit. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service. Da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Autohaus Wismar. Tschüss! Schauen Sie doch mal im Autohaus Wismar. Tschüss! Tschüss!